Die Wettershow Herzlich willkommen zur Wettershow. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Ja, wie sieht es aus mit dem Wetter? Heute sonnige 14 Grad in Lissabon, 10 Grad in Madrid, 6 Grad in Paris und in Berlin. In London ist es etwas frischer, 5 Grad, 13 Grad in Rom und 1 Grad in Bukarest. Nun werfen wir einen kurzen Blick auf die Österreich-Karte. In Innsbruck hat es 12 sonnige Grad. Wir sehen hier in Salzburg 3, ebenfalls in Linz und in Zwettl. In Graz hat es 0 Grad und in Wien 1 Grad. Wie sieht es weiter aus? Wir kommen dann zu 24 Stunden Prognose im Westen. Ja, da sieht es sonnig und warm aus. 10 Grad, es steigt auf 12 Grad, dann wird es in den Abendstunden ein bisschen frischer. Die 24 Stunden Prognose im Osten, da ist es ein bisschen kühler im Gegensatz zum Westen. 0 Grad und es sinkt auf minus 1 Grad. Die 7-Tages-Prognose im Westen. Ja, morgen wird es sonnig und es hat 7 Grad. In den nächsten Tagen ein bisschen frischer. Die 7-Tages-Prognose im Osten. Ja, heute haben wir 1 Grad, morgen 3 Grad und am Mittwoch wird es dann 2 Grad bekommen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen.